Baby, don't you cry for me, it's an illusion, just an illusion, I thought I knew what life should be, it's an illusion, just an illusion. Hallo alle zusammen, heute möchte ich euch mal eine Zugüberholung im Bahnhof Waldkirch zeigen. Unterwegs auf der einspurigen Nebenbahn ist ein Nahgüterzug, der im Bahnhof Waldkirch anhalten wird auf Gleis 2. Dort wird er das Signal HP0 erhalten und er muss dort warten, um die Überholung eines D-Zuges abzuwarten, nämlich den D-804. Diese Zugüberholung wurde gesteuert oder veranlasst durch den Fahrdienstleiter hier im Bahnhof Waldkirch. So, der Nahgüterzug ist unterwegs. Er ist ziemlich langsam, sodass der schnellere D-804 ihn überholen muss. Hier, wo wir uns geht, dann weiter und dann noch stattfinden. So, jetzt ist es gleich hinzu. Zugbeeinflussung Zugriff Untertitelung des ZDF, 2020 So, nachdem der D-Zug den Bahnhof passiert hat und den Nahtwiederzug überholt hat, kann dieser nun auch seine Fahrt fortsetzen. So, nachdem der D-Zug den Bahnhof passiert hat. So, nachdem der D-Zug den Bahnhof passiert. So, das war eine kleine Szene hier aus dem Bahnhof Weitberg. So, eine Zugüberholung von D-804 und der Nahtwiederzug ist schon wieder unterwegs zu sein. Das stimme uns auch. Vielen Dank fürs Zuschauen und sage Tschüss. Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017